Gutes Fußballwetter haben wir ja hier. Sie sehen es. Willkommen zu dieser Partie heute haben. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. Könnte ein Riesenspiel werden. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Die Aufstellung der Gäste. Das Spiel beginnt. Das könnte was werden jetzt. Er zieht vorbei. Was wäre eine Chance? Frühstor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir nochmal ein Auge drauf. Er bleibt cool. Macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik. Das sind die beiden Schlagworte. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Jetzt kommt der Schuss. Abwehrverbund steht hinten drehen. Jetzt lassen sie sie erst mal kommen. Guter Spielaufbau. Die Riesenchance. Tolle Parade. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Ja, passt auf. Ball kommt an den langen Pfosten. Nee, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges. Und er wird sie ärgern. Boah, war das Ding. Auf der Linie. Sie spielen erst mal raus. Sie rücken schön nach. Bieten sich an. Kein Problem. Ganz sicher. Da hat er die Chance. Gehalten. Macht er gut. Der Ball kommt rein. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Auf außen ist Platz. Wird das die Entscheidung? Kein Tor. Der Torhüter ist da. Schlusswiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Es ist der erhoffte, der, ja sind wir ehrlich, erwartete Sieg geworden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und Sie sind zufrieden. Das dürfen Sie nach diesem Spiel auch sein.